Oh, da ist er! Haben Sie Angst, um den Flug zu werfen? Okay, okay, das war's erstmal. Wir würden nun gerne unserem Missdimensionssprung einen Blumenstrauß überreichen lassen. Und hier ist sie schon bühnefrei! Hä? Nicht schon wieder? Hier für Sie, mein Hübscher. Nein, haltet Sie zurück! Am liebsten würde ich die in eine andere Dimension schicken. Wenn nun bitte alle Presse... Fest, fest, abwärts! Nicht schon wieder! Gleich kommen wir aus dem Tunnel. Die Sicherheitssysteme funktionieren. Die Antwort auf meine Träume bist du, Mirai. Ich liebe dich. Vergiss mich nicht, meine Lieben. Danke, Maul Diver. Ja, vielen Dank. Danke für alles, was du für mich getan hast. Liebster Kaoru, ich zähle die Tage, bis du wiederkommst. Geil個 Schicht aus, Geil支配